Ja, ich hatte mich gefreut, dass ich endlich im Speicherraum bin und nachdem ich hier aber meinen Spielestand neu geladen habe, weil ich mich dann entschieden habe zu unterbrechen und ein andermal weiter zu spielen, ist tatsächlich meine Uniform weg. Also dieser Anzug, den ich anhatte. Ich habe ihn auch nicht mehr im Inventar zum anziehen. Keine Ahnung, was da los ist. Ich würde mal sagen, wir spielen einfach mal weiter und lassen es einfach mal bei dieser Uniform hier. Wie gesagt, keine Ahnung wieso, weshalb, warum. Ich hatte ganz normal abgespeichert und den Spielestand neu geladen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. So, liegt hier noch was? Nö. Vorsichtig, jeder Moment könnte der Letzter sein. So, schauen wir mal. Hoppala. Haltet euch, bis der Lift kommt. Okay. Autsch. Was ist das für ein Riechen? Äh... Äh... Ah ja, verschwinden lassen kann sie es also auch, okay. Okay. Ooh. Naja, ich lass es mal, weil ich habe auch keinen Bock jetzt hier massenhaft Heilgegenstände zu verbraten gegen das Vieh. Stromausfall? Jetzt muss ich auch noch einen Sturmkasten finden. Na super. Ja, dann gucken wir mal. Hast du das auch gehört? Hast du Angst so ganz alleine? Ach so, ich muss jetzt den Strom anschalten, alles klar. Das ist schon besser. Da war wieder dieses Viech, ne? Verfolgt der mich jetzt oder was? Ich werde mal vorsichtshalber speichern. Ich werde aber einen anderen Speicherstand nehmen. Weil das hier macht mich schon ein bisschen stützig, warum ich auf einmal diese Uniform da nicht mehr habe. was ist das? Na erschrocken? Ach da... Da muss aber auch oben alles rein. Vor ein paar so einen Viechern erschrecke ich definitiv nicht. Aua. Ey, das ist doch ein... Alter, lass mich doch mal weiterlaufen. Uiuiui. Das ist ja übel. Ähm... Okay, das ist ein bisschen nervig jetzt tatsächlich. Autsch. Ah, ich nehme ein Elixier. Oh, Block doch, Mann. Machen wir es halt so. Äh... Jetzt habe ich ein bisschen die Orientierung verloren gerade. Da ist das garmin Emomatisch? Ach,ùng das überall. Ich sag's. Oh, was das? Oh, was das? Oh ja. Halt! Oh. Wollen die mich hier eigentlich verarschen? Anscheinend schon. Alter. gib auf so nervt nicht so was haben wir denn jetzt ja ok uff aber ich wette doch das Vieh geht mir auch hier auf den Geist oder das Imperium hat seine gesamte Kraft in die Forschung mit Siegern gesteckt natürlich erst nachdem ich sie dazu gebracht habe genau hier an diesem Ort haben wir sie gezüchtet gezüchtet? hast du dich denn nie gefragt wo die sicher herkommen? äh nö äh äh ja ich lese es jetzt mal nicht vor ihr könnt es gerne lesen wenn ihr möchtet so was haben wir denn hier bin ich denn überhaupt Schlüsselkarte alles klar was heißt kann ich hier glaube ich nix machen ähm unterschiedliche Kombinationen der drei Schaltkreise öffnen unterschiedliche Türen um weiterzukommen musst du die entsprechende ID Karte finden mit der du die Schaltkreise aktivieren kannst okay König Noctis mach doch mal von deinem Kopf Gebrauch sooo meine Güte nervlich okay also ich bin hier ach warte ausschalten ach warte mal ausschalten ausschalten soo müsste es gehen die Infanteristen die du so nüchtern M.I. nennst waren alle einmal umschulden die Bay Area des Niefelheimer Volkes seriennummern versehen und herangezüchtet bis sie stark genug waren für das Imperium zu kämpfen ach da ist noch einer will ich gerade sagen so an Iaba die Rundschulden sind hier vernichtet ausgelöscht durch die Hand des grausamen Königs na fällt es dir jetzt immer noch so leicht sie umzubringen so und jetzt ähm die lassen wir mal aus die mal ein und die mal ein so und jetzt gucken wir mal hier rum da liegt auf jeden Fall noch was so 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 ah ja die Alphys wieder ne Das war zu spät mit Blocken. So. Oh. Oh. Ja. Überraschung. Äh. Heiltränke werden uns jetzt nicht mehr viel bringen glaube ich. So was haben wir hier? Schadensbericht Magitech Laboratorien. Auch das könnt ihr durchlesen wenn ihr möchtet. Aber wo sind die Patienten hin? Nordkralia Quarantänebericht. Ob das eine Art Seuche war? Oh. Seien wohl so, ne? Oh, geh weg. Ich hab jetzt gerade so gar keinen Bock. Ah, na toll. So. So, ein Speicherraum. Na Gott sei Dank. Könnt ihr nicht mal übernachten, ne? So. XY 친구� oder die ist nicht mehr? Oh, ne? Keine vindert. Ich hab erste mal übernommen. zwei wie groß passiert doch. all zu viel gebracht von den XP her, aber gut. Ja, ich würde sagen, dann werde ich hier auch mal beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten folgt mir gerne auf Twitter oder meinem Discord, wenn ihr nichts mal verpassen wollt. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielleicht ist dann auch meine Kleidung wieder da. Schauen wir mal. Bis dahin, tschüss.